Musik 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 Ah! Sind Sie Diebst frei? Jo, wenn ich sofort beim Verwalter Bitte beim Verwalter? Jo! Ja! Oh Mann, du, was hab ich denn jetzt mal wieder verbrochen? Musik Hallo, Mensch, du! Es wird aber langsam Zeit! Kann man die bloß nicht tun für dich selber, ja? Kann man die bloß nicht tun für dich selber, Mensch? Ja, davon läuft die Karre nicht. clerode Ver Register Mansabe Arsch mascara zeigen sowas und arm commander bei das Was hältst du eigentlich von dem Wiedemann? Von Wiedemann? Wieso? Du hast doch was Dummes erzählt, da von Greta und Kruse. Glaubst du das? Möchtest du das? Der Wiedemann, der quatscht doch viel, wenn er Tag lang ist, ne? Was ist passiert? Herr Kontrolleur, den Stülken hat's mich erwischt. Der singt auf einmal. Na nun, doch nicht über einen Nervenschock. Ja, also? Na, beruhig sich, mein Stülken, geht ja alles vorbei. Was denn? Ja, 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 mein Lieber, gehen Sie hübsch nach Hause? Nee, oder besser zum Arzt, nicht? Was bist du eigentlich mit Arzt, du Dusselme? Nee, 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 Sie gehen jetzt hübsch nach Hause, es kommt ein Ersatzwagen. Ja, dann kann ich ja gleich weiterfahren. Stülken, Sie fahren heute nicht mehr. Fahren nicht mehr? Nee. Nee. Man sollte ihn doch wohl besser nicht allein gehen lassen, nicht? Na, hallo, was ist denn nun mit Johnny? Alles in Ordnung. Wieso? Na, was soll's schon sein? Er kriegt Urlaub. Urlaub? Sind jetzt Stülken endlich da? Wären Sie sich nicht sauer? Nein, Herr Minun. Hä? Kontrolleur. Was heißt nein? Na, der hat doch Urlaub. Zum Teufel, davon weiß ich doch gar nichts. Da muss doch sofort ein anderer Fahrer her. Warum kriegt der denn Urlaub? Na, der heiratet doch. Dann war's, salute ich. Oh. 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 Oh.